Vor allem, das kann man auch überspringen. So, naja. Boom. Oh Leute, willkommen wieder direkt zu einem weiteren Part von... Genau. Ähm, äh, jetzt könnte es gerade am Anfang wieder ein bisschen lagern, weil es gerade am Weltladen ist, wie man vielleicht schon sieht. Ja, dann. Okay. Aber es sollte nicht lange dauern. So. Was auch immer das ist. Checkpoint Hellgrün. Ähm, ich hatte gerade wieder los, um ein bisschen, äh, anscheinend was zu sagen. Ich habe gerade eine Ahnung, wodurch es eigentlich geht. Gerade im Moment. Aber ich habe jetzt wieder eine Ahnung, wo das ist. Okay. Ähm. So. Perfekt. Hopp. Oh, fuck. Stimmt. Das kommt ja auch noch. Okay. Nein, 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 nein. Nein, 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 wirklich. Ich bin im Sterben am Essen gewesen. Der fressende Gestorbene. Fest zum Teifel. So, okay. Ähm. Hä? Okay. 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 Kein Problem. Kein Problem. Wir schaffen das. Irgendwann. Wirklich. Okay. Wir schaffen das. Kein Angst. Können wir das eigentlich nicht einfach weg tun? Warte mal. Das mache ich jetzt mal. So. Ähm. Ihm. Ich sterbe ja sowieso noch 20.000 Mal von. Also da hier ist es eigentlich nicht so schlimm. Ähm. Uh. Diesmal ging es schön gerade. Schön gerade. Doch. Wunderschön. Warum macht ihr mich jetzt? Hm. Egal. Egal. Leute. Ist mir scheißegal. So. Wir haben 16, äh 17, 16, 17 Dings gekillt. Am besten können wir uns nochmals. Vielleicht bekommen wir auch dafür Punkte. Yay. Siehste. Ich habe versucht in Lava zu schwimmen. Na. Aber anscheinend geht es nicht. Warum wohl nicht? Fick dich. So. Fack. Ich meine zwei. Oh oh. Ne. Das lasse ich nicht zu. Ah. Das war ein bisschen zu spät. Aber egal. Hey. Okay. Hab. Okay. Nochmal. Und. Nein. 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 Oh Mann. Du hast 20 Maps getötet. Du bekommst dafür eine Belohnung. Was auch immer. Das für eine Belohnung ist. Weil ich es nicht be... merkt habe. Oh. Okay. Nochmals. Hab. Weißt du was? Warte mal. Ne. 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 Nicht hier. Ne. Das ist genug. Oder? Ach. 30 FPS. So. Aber. Irgendwie. Kommt es ja. Wenn ich springe. Vor allem. Kommt es ja auch so vor. Als wäre das ein bisschen mehr. Stirb. 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 Perfekt. Danke. So. Ich hasse das. Ich hasse das. Warum spiele ich überhaupt eine Jump Map? Ich habe schon 20.000 Mal gesagt, dass ich Jump Map nicht mag. Warum spiele ich die noch? Ab. So. Egal. Scheiß drauf. Wir sind einfach mal drauf gestampft. Ist mir doch egal. Yay. Hallo. Und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von. Wirklich in dein Schnauze. So. Okay. Dann können wir einfach mal weiter. Fortfahren. Und sowas. Aber egal. Okay. Ich verstehe nicht, wie ich das schaffen soll. Den Sprung. Den Sprung. Genau den. Hab. Ich mag das nicht. Ich mag es nicht. Perfekt. Wir haben es geschafft. In dein Knie, du kleines Schwein. Gesicht. Verdammtes Schweingesicht. Verdammtes Schweingesicht. Schubdi-Dub. Okay. Schade. Oh. Wie behindert ist das denn, Leute? Ich könnte jetzt eigentlich die Map einfach abbrechen. Wenn ich schlau wäre. Aber naja. Ich bin nun mal nicht schlau. Ich bin einfach total bescheuert und dumm. Gleichzeitig übrigens. Multitasking. Yeah. Nein. 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 Okay. Game out. Game out, man. Okay. Leute, das reicht mir jetzt. Ich will jetzt mal den Sprung schaffen. Hab. So. Danke. Keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat, um Game out zu gehen. Weil ich den Sprung gerade geschafft habe. Aber egal. Fick dich. Fick dich in dein Knie. So. Yay. Okay. Hier war ich. Ich gehe jetzt einfach hier hin. Fick dich. Ah. Warum springst du? Warum schaffe ich es jetzt, so weit zu springen? Warum? Warum? Was? So. Scheißegal. Nee. Nee. Das ist nicht zu viel. So. Fickt euch Schlampen. Fallt hier runter. So. Danke. So. Plupp. 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 Tschüss. Nein. Weg. Du auch weg. Du. Du Dovi. Perfekt. So. Danke. Für die Geduld. Leute. Hä? Warum haben wir jetzt das? Aufklappen. Bringt schon irgendwas. Oh, Leute. Das kann doch nicht sein. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Ich. Ich schreck's nicht. Ich. Ich. Es klappt nicht. Seht ihr? Verdammt, wie viel Glück war denn das jetzt gerade? Okay. Uh. Weiß. Tschüss. Tschüss. Nein. So. Danke. Oh mein Gott. Ich hab noch Kiste entdeckt. Oh. Glück eins. Egal. So. Ehm. Ihm. Scheißegal. Ich geh jetzt einfach in Game Mode weiter. Kackt mich an. Fickt euch. Fickt euch. Mehr davon. Yeah. Yay. Sprungverstärkung. Ich nehm's noch mit. Kann ja nicht schaden. So. Vor allem wenn man in Creative Mode ist. Fick dich. Fick dich. Warum schaff ich denn das nicht? Warum? Stellt euch vor, es ist. Wir wären ja nicht in Game Mode. Es wären 20 Minuten, dass wir nur hin und her springen. Und ich glaube nicht, dass ich. Dass ich. Dass ich euch gefallen werde. Während ich. Das tu. Hä? Hallo. Ach so. Okay. Alles klar. Na dann. Ich mach einfach mal in Game Mode weiter. Hä? Nein. Okay. Das ist mein Checkpoint. Ich versich jetzt. Wäck dich. Arbeiter. Wäck dich. Wäck dich. Arbeiter. Wäck dich. So. Ich mach jetzt einfach mal in Game Mode weiter. 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 Perfekt. Okay. Und. Oh. Ach so. Ihr sehen wenig. Zu wenig. Ihr sehen viel zu wenig. Okay. Was esse ich? Das hier esse ich. Blindheit weg. Oh mein. Oh mein. Fuck ihr. Tschüss. Das schaffe ich nicht. Fick dich. Fick dich. Fick dich. So. Perfekt. Ich. 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 Ich pack's nicht. Nein. Ich schaff's nicht. Scheißegal. Nein. Geh weg. So. Tut mir leid. Leute. Das tut mir leid. Aber es kackt mich an. Es ist. Es ist. Es ist zu schwierig. Für mich. So. Wenn ihr wollt. Könnt ihr natürlich. Die Mips selbst spielen. Und dann. Glaubt ihr mir vielleicht sogar. Dass es nicht so leicht ist. Beziehungsweise. Es ist einfach viel zu schwierig. Für mich. Ich sage nicht. Dass ihr auch scheiße seid. Ich sage theoretisch eigentlich. Dass ich scheiße bin. Weil dann denke ich. Eigentlich. Ich selbst. Fick dich. Nein. Darauf habe ich keine Lust. Vor allem. Was zum Teufel. Leute. Wie viel soll ich denn selbst machen. Wenn das war jetzt alles der gleiche wie ich. Boah. Darauf habe ich jetzt gar keine Bock mehr. So. Da hättest du mindestens zwei oder sogar drei Checkpoints dazwischen bauen sollen. Dann wäre das vielleicht noch witzig gewesen. Aber nee. So mache ich das nicht. Nee. M-m. Vor allem. Das kann man auch überspringen. So. Naja. Boom. Achso. Ah. Boom. Oh. Boom. Boom. Zu viel Boom. Nicht mehr so viel Boom. Ah. Feuer. Feuer. Gibt es noch mehr Feuer? Wie? Kein Feuer mehr. Hm. Warte mal. Blut. Äh. Rute. So. Ja. Genau. So. Blub. Und blub. So. Dankeschön. No. 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 mir wie ich die gehe im moment so scheiß drauf so dankeschön leute wir haben es weiter geschafft bis zum sekbein und jetzt will ich sagen ich bin hier glaube ich sogar die aufnahme die aufnahme die aufnahme und was ist damit gemeint also hier ok hallo unter was erraten keine bock mehr so ist sie esam sie ist seelsam eindeutig einfach seelsam okay ich würde sagen das war es erstmal wenn sich gefallen hat ja dann könnt ihr doch gerne eine nette bewertung geben ich habe erst jetzt gerade bemerkt dass hier ein spezialist jetzt mal schauen geht das theoretisch hohen wenn man genug gut ist aber ich bin auch nicht so gut so ich würde sagen wenn es euch gefallen hatte denn es doch eine bewertung an und wir sagen bis dann tschüss leute und tschüss liebe abenteurer okay tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann